Yo Leute, Mokka hier am Start. Wir sind hier außerhalb der Köln-Messe. Hier war nämlich die RPC. Wir haben so viele coole Leute getroffen, auch ein paar Zuschauer hier. Erstmal Daumen hoch an euch. Wir waren auf der Zombie-Messe, alles mögliche, weil da Zombie.de hat eine eigene Messe gehabt. Da war der Walking Dead Germany Team, alles war da mega cool, so viele Zombies und so. Aber auch nicht nur Zombies, sondern da waren auch ein paar YouTuber mal gesehen. Wir haben umgespielt gesehen, wir haben Can gesehen, wir haben... Donk war auch da bei einer Vorlesung. Wir haben auch die Rocket Bühne besucht, es waren auch sehr viele coole Sachen. Die Rocket hat wie immer sehr viel verschenkt, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und ja, also RPC, auch sehr viel Anime-Technik, also saugeile Kostüme. Kann ich mal, werde ich vielleicht nochmal ein eigenes Video davon machen. Dann waren wir auch danach bis in den Supermarkt leer machen. Dann haben wir ein paar Colas und so, weißt du, was man so für das Überleben drauf gesichert hat. Ein paar Pints Beans, Bacon Beans haben wir gesammelt. Man muss ja überleben. Und was soll man sonst sagen? War auf jeden Fall mega geil. Oh, fuck, 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 fuck. Zombie, 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 zombie. Oh, fuck.